Die Autos, die Autos, unsere Freunde, die Autos. Sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die Autos, die großen und die kleinen Autos. Sie fahren und sie brummen, keine Zeit zum schlummern, sie helfen uns viel mit. Am Flughafen sind mehrere Flugzeuge gelandet. Die verschiedenfarbigen Flugzeuge lassen ihre Fluggastreppen runter. Und da kommen die Fluggäste. Sie haben natürlich ihre Koffer dabei. Hey, gelbes Auto, beeil dich! Warum dauert das Kofferpacken denn so lange? Für die Fluggäste ist es Zeit, an Bord zu gehen. Ups, hey, vorsichtig! Das rote Auto wird mit dem roten Flugzeug fliegen, das lila Auto mit dem lilafarbenen Flugzeug und das blaue Auto mit dem blauen Flugzeug. Und das grüne Auto? Ja genau, mit dem grünen Flugzeug. Wie es aussieht, steht für diesen Fluggast kein Flugzeug bereit. Nein, kleines Auto, das ist nicht dein Flugzeug. Du solltest mit einem gelben Flugzeug fliegen. Schau mal da, ein gelbes Flugzeug. Es steht im Hangar. Um das Flugzeug aus dem Hangar zu holen, brauchen wir ein spezielles Fahrzeug. Einen Schlepper. Schlepper! Ja, komm raus! Wir brauchen deine Hilfe! Hm, was ist denn das für ein komisches, quietschendes Geräusch? Irgendwas stimmt nicht. Eine Ampel. Stopp, Schlepper. Die Ampel ist rot. Der Schlepper hat mitten auf der Kreuzung angehalten. Das verstößt doch gegen die Verkehrsregeln. Die Bremsen des Schleppers haben versagt. Der Abschleppwagen wird ihn in die Werkstatt bringen. Mit kaputten Bremsen zu fahren, ist gefährlich. Der Schlepper wird auf der Hebebühne nach oben gehievt. Lasst uns den Reifen abmontieren. Oje, die Bremsscheibe hat sich verformt. Und die Bremsbeläge sind abgenutzt. Wir entfernen sie und ersetzen sie durch neue. Die Bremsscheibe entfernen wir auch. Wir montieren eine neue Bremsscheibe und schauen, wie sie funktioniert. Wenn wir auf die Bremse treten, werden die Bremsbeläge gegen die Bremsscheibe gepresst und die Bremsscheibe hört auf, sich zu drehen. Wir können den Reifen wieder montieren. Die Reparaturarbeiten sind beendet. Der Schlepper kann zum Flughafen fahren. Das gelbe Auto hat das Warten satt. Da kommt der Schlepper. Juhu! Schnell! Zieh das Flugzeug auf die Startbahn! Das Flugzeug lässt seine Fluggasttreppe runter. Das Auto geht an Bord. Es hat ja seinen Koffer vergessen. Das Flugzeug ist startklar. Gute Reise! Die Flugzeuge starten ihre Motoren, beschleunigen und heben ab. Guten Flug! Helferautos 2 2 3 3 2 3 3